Oha! 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 Oh, ich bin rot! Weg hier! Oh mein Gott! Ich hab den Schwerhaus versehen, weil der mich so hoch... Oh nein! Die Insel ist nicht gut! Klappen, raufkloppen! Wo ist das? Wow! Wo ist das? Getroffen! Er ist weg! Er ist weg! Ja! Oh mein Gott! Eieieieiei! Das ist aber wild! Oh, ein Bibyspein! Oh nein, wir haben die Mama getötet! Jetzt noch Platz! Wo ist denn das Klebeband? Hier! Hier! Wenn wir das nämlich draufstecken! Oh nein! Ich werde schon wieder verfolgt! Och nöööööö! Hier ist mal eine Krabbe! Eine riesen Krabbe! Oder du! Ich komm zu dir! Eine riesen Krabbe? Jaaa! Bin ich ganz sicher! Was? Da ist das! Ach du meine Güte! Ja, was bist du denn für'n Ding da? Geht! Ah! Aua! 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 Ich bin tot! Nein! Nein! Wie? Aua! 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 Da ist wieder ein bisschen Platz! Da ist nicht genug Platz! Hey! Ich hab doch jetzt genug Platz! Das ist cool, das ist cool. Das ist actually cool. Monsieur Marcel! Oh, das ist die Fläche an! Oha, Marcel, Junge! Noch richtig Steak jetzt hier, ne? Ach du meine Güte! So was hältst du auch in der Hand? Nein, du bist auch tot! Scheiße! Weil ich kein Essen mehr hatte und kein Trinken mehr! Ja, ja, das ist... Oh man! Archie, Moin! Wir müssen unbedingt bessere Handwerke nehmen. Ich denke, wir können später sicher was machen. So, Trinken sieht schon mal wieder gut aus, aber Leben ist gleich weg. Ich bin gleich auf dem Boden, holo du. Aber mein Trink ist alles voll und ist dann aber nur Leben nicht. Wie kriege ich mein Leben wieder hoch? Ach, die Aloe Vera habe ich natürlich auch nicht mehr im Invental. Ach, die habe ich noch gar nicht gesagt. Nein, ohne du! Ohne du! Ich bin jetzt umgekürbt, aber ich habe das Verbandskasten rausgenommen. Und ich dachte, ich kann mir selber machen. Scheiße! Wirklich nicht. Kannst du nichts machen, außer Verband und ich habe das in der Hand. Scheiße! Ja, und ich kann dir das auch nicht irgendwie wegnehmen oder so. Und... Hä, warum? Dann ist auch kein Herz mehr. Kein Leben mehr. Ja, es blinkt. Also es hört, ja. Hä? Ach, Vergiftung und Durstig. Aber hä? Aber ich hatte doch noch ein bisschen Trinken. So, Pauli, hi Marcel, wollte ich dir kurz sagen, bin jetzt nicht mehr Pauli heiße, sondern Unicorn. Das ist ein Unicorn. Mach das. Keine Dinge. Oha, kochen. Oha. Ja. Ja. Trinken, oh mein Gott. Hast du eine Portion drin in der Kokosnuss? Gibt du noch eine Reitnuss? Hm, das können wir gucken. Man kann ja jetzt nur ein einziges Mal. Ich wollte ja jetzt nicht zweimal nehmen, sondern ich wollte die auch eine Portion übrig lassen. Also ich bin ja nicht gierig, wir sind zu zweit hier. Also wunderbar. Müssen wir beim nächsten Mal gucken, ob wir da nochmal... Ja, und aus den Stämmen können wir noch so viele Stöcke machen. Das ist halt auch mega. Wie viele Stöcke schreibe ich nochmal hier? Ich habe auch viel im Inventar in einer Kiste. Aber kann man jetzt nicht mal... Wollen wir nicht mal ein richtiges Haus bauen? Ähm, das habe ich auch gesehen, ja. Du musst mit R1 rumswitchen. Ja, ja, hier. Ja, 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 ja. Fundament aus Holz. Fundament Holz Teilstück. Ah, ja, drei Stück fangen. Warte mal kurz. Oh, zusammen das, äh, da machen. Ähm, kursen wir halt mit jemandem ein Torko oder so. Ich habe ein schönes Regal gebaut. Dann kriegst du nur einen Stock raus. Wow. So. Ey, mein Leben geht nicht hoch, ey. Was ist das? Oh, es ist gleich weg, das Leben. Scheiße. Zeiglicherweise. So. 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 Zack. So. Kling. Aber warum? Mir ging es gut. Hallöle. Immer noch ON. Uff. Ja, aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Oh, drei Stunden schon Holodoo? Oh mein Gott, die Zeit rennt, wahr? haben wir keinen feuern zünder mehr doch da lag doch da eigentlich oder ach der hab ich aufgesammelt scheiße ach lol wie viel leder das da ist oh man ich bin so scheiße oh mein gott hilfe das ist ein teile wasser warum kann ich machen kann ich machen kann ich wirklich machen ich hab das ja bis jetzt eigentlich gar nicht gemacht heute abend doch was das ist ok wenn du aufs tisch bist deswegen na gut für du duschen so eine braut komm her lass dich noch besteigen bück dich einfach mal bück dich bück dich ja ich brauche ja ja ok ohne du du trinkst auch nur ja